Ardan. Er ist wieder in Frankfurt. Ardan ist sowas wie eine Legende. Ich war damals bei der Brigade. Er ist der Bruder von Khalifa und dem Rapper. Ich hör keinen Rap. Nur sechs, nur sechs, nur ein Freund! Die Banken kratzen an dem Freund! Wir haben Skyline-Rackets aus dem Keller rausgeholt und guck, wo wir sind! Wenn ich aufpasse, dann ist das Ganze ganz schlimm. Nur sechs, nur sechs, nur neun! Du machst krasse Beats. Du brauchst Leute, die helfen aufs nächste Level. Produzenten-Exklusiv-Vertrag. Was ist mit Mama? Ja, es geht hier um Loyalität. Du bist froh Loyalität. Du hast gar nichts für die, verstehst du? Du bist schwach! Für die bist du ne kleine Ratte! Wirfst dir ab! Was verkauft ihr Gott? Ich geb den Leuten, was sie brauchen. Denkst du, du kannst mit mir handeln, Alter? Siehst du aus? Skyline ist ein legales Unternehmen. Du wirst doch jetzt nicht aufgehen. Ich hab einen Löwen geheiratet. Und kein Schaf. Ich hab dir geholfen, meinen Traum zu verwirklichen. Jetzt hilfst du mir. Nein. Nein. Ich will, dass es weniger Angst gibt da draußen. Vertrau mir! Insider-Hand, ja? Wollen Sie mich erpressen? Ich mach euch fertig! Ich mach euch fertig! Hast du Angst? Ich hab dich nicht überlekt! Ich bin nicht überlekt! Ich bin nicht überlekt! Vielen Dank.